Ja, das ist ätzend. Das ist die Kacke. 40? Da ist aber heute auch einen schnellen Schlappen drauf. Ja klar, geht zur Nordschleife. Das stimmt, das ist quasi der Vorgarten des Königs und es ist hier 40. 40 auf der Autobahn. Ja, aber ist hier Spielstraße oder was? Bis zum nächsten Mal.